Hallo Leute, mein Name ist Hotzastie und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Faktorio. Eigentlich hatte ich für heute etwas anderes geplant. Ich war ein bisschen am forschen und habe mich hauptsächlich auf Munitionsschaden und Geschwindigkeit konzentriert. Denn wir haben hier einige Nestor rundherum, die ich noch nicht weggeräumt habe. Darum denke ich, heute mal etwas Alien aufräumen und das machen wir bestens in einer Montage. Und ihr könnt euch dann selbst dazu denken, was gut ist, was besser ist. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, lasst mir die bitte unten in den Kommentaren zukommen. Wie ihr sehen werdet, haben wir doch durch die Forschung von Munitionsschaden und Geschwindigkeit ist das ein ganz bisschen einfacher, die Aliens aus dem Weg zu schaffen. Aber insbesondere bei den größeren Nestern, das braucht doch noch etwas Zeit. Und geht nicht in jedem Fall ganz glücklich vonstatten. Also, viel Spaß beim Abschlachten. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ain't no motherf***er in this world could do it like me Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself and my psyche You should entertain me and you'll pray nightly If you wanna take me, you can f***ing try me If you wanna hate me, you know where to find me And if you're going acing, you can f***ing fight me Ain't no motherf***er in this world could do it like me Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself and my psyche You should have the same and you'll pray nightly If you wanna taste me, you can f***ing try me If you wanna hate me, you know where to find me And if you're going acing, you can f***ing fight me Wie man das hier war, lief die Forschung im Hintergrund weiter Und zwar ist das Ziel Lasertürme, so dass wir diese ausstellen können Hinter Mauern, so dass wir unseren Kernbereich abdecken können Und dass wir dann Satelliten aus dem Posten haben können Für Erzfelder und so Aber Lasertürme brauchen Energie Und drum geht die Forschung auch Richtung Kernenergie So dass wir nicht mehr auf Kohle und Sonnenenergie angewiesen sind So ich hoffe euch hat diese etwas andere Folge Spaß gemacht Sie war jedenfalls nötig und produktiv Und nächstes Mal werden wir dann hoffentlich etwas Fortschritte in unserer Basis machen Also bis dann, tschüss